Ja, du bist ja gut, Katzenkind. Ja. Warum schubst du mich? Was, ich? Nein, Mann, du wohn er hier. Ich hab grad schon gedacht, hä? Er hat mich geschubst. Nur weil er so aufdringlich ist und handeln will. Gibt's doch nicht. Ist ja unerheuer, ob es sowas. Ja. Was willst du denn? Ja, was willst du? Lass mich auch bei den. Ja, das kann ich dir nicht, weil ich das nicht habe, junger Mann. Der eine ist beinahe an die Axt laufen hier. Eieieiei. Ah, echte. Ja. Das sind aber ein paar tollen Patsche bei dir. So. Hm? Hm? So, so. So, so. Oh, da ist mir der weiße Ton ausgegangen. Hab ich hier dann noch welchen? Bitte, 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 bitte. Nein. Weißer Ton. Verlasse mich nicht. Verlasse mich nicht. Aber eher, ähm. Lehm. Oder Ton. Hab ich noch so viel. Also Lehm. Lehm. Ein normaler Lehm für, äh, Ziegelsteine. Genau. Ja. Mit roten Ziegelsteinen. Also brauche ich jetzt noch ein bisschen Knochenmehl bei mir. Und so. Und so. Hm, lecker Brot. Backfrisch. 1, 2, 3, 4. Dann. Oder bekommen wir da mal zwei Stück raus, ne? Ne, drei. Na egal. So. Oh, so. Da hatten wir ja noch was. Oh, das wär's jetzt natürlich gewesen. Ein. Naja, gut. So. Zack-zack-zack. Mit der Ossia. Oder erstmal noch im Weg. Sieht schon ganz schön störtlich aus. Dann bin ich schon wieder so müde. Versteh ich nicht. Hm. so eigentlich ferien hat ja gar nicht ferien haben wird dann hab ich urlaub aber der ist schon lange wo wir haben ferien ihr habt ferien herbst ferien gehen noch eine woche ach so meinst du das jetzt habe ich dich verstanden die ferien gibt bei uns auch noch eine woche muss man drauf kommen was die an die meint erbst ferien in niedersachsen ich fahre schon wieder überall runter ja du auch ja schlimm ne ja das ist wirklich sehr schlimm zack 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 und so schaut das dann aus ja ich bin noch da anton ja so mal kurz nicken 1 2 3 4 so weit nach hinten laufen so zack das wieder einsteck fischen als alle so ouch ouch aua ouch das tut weh Ich wollte dir die Sonnenblumen rein pflanzen. Das tut weh, so. Was tut weh? Was weiß ich gerade getan habe. Runterspringen. Jetzt habe ich den Querfahrtbalken. Den Querbalken habe ich jetzt vergessen. So, da habe ich einen schönen Blumengarten. Da habe ich ordentlich Blumen vermehren. Die habe ich noch nicht, die noch nicht, die noch nicht, die noch nicht. So, die können ich gleich da mal zupacken. Zack. Was? Zack. Zack. Zack, mit Z. Schaut doch ganz hübsch aus. Also mir gefällt das Haus auf jeden Fall. Da kommt auf jeden Fall noch eine Querverbindung hin. Passt das? Passschauer irgendwie. Irgendwie schauen. Wegen den Treppen. Das würde hier weiter nach oben führen. So, da. Oben kratzen. Hier zum Bleistift. So. Hier zum Bleistift. So. Hier wird doch ein bisschen besser. Äh. Oder? Ne. Ah, guck mal hier. Super. So. Die Sonne geht schon wieder unter. Mhm. So. Zack, zack. Können wir da was hinstellen. Einen Dorischen. Machen wir das mal hier in der Werkbank. Können wir hier einstellen. Und die Drohe daneben. So. Und da würde ich sagen, bis morgen meine lieben Freunde. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.